Der Eigentumswohnungsmarkt hat sich in Österreich auch im Jahr 2020 gut entwickelt. Die Anzahl der Wohnungsverkäufe ist im Jahresvergleich um 1,1% auf 50.386 gestiegen. Der Wert dieser verkauften Wohnungen belief sich dabei in Summe auf 12,15 Milliarden Euro, ein Plus von 4,4%. Die Durchschnittspreise der Eigentumswohnungen haben im Jahr 2020 um 4,3% auf 220.930 Euro zugelegt. Im Jahr 2020 war gekennzeichnet von einer sehr guten Nachfrage nach Eigentumswohnungen und von einem knappen Angebot. Dies hat dazu geführt, dass die Preise nochmals angezogen haben. Für heuer erwarten wir ein leicht steigendes Angebot und damit verbunden eine Abflachung der Preiskurve. In vielen Regionen wird es auch zu Preiskorrekturen nach unten kommen. Nichtsdestotrotz bleiben Eigentumswohnungen für die Eigennutzung, aber auch als Anlageform und zur Pensionssicherung weiterhin begehrt und vor allem empfehlenswert. Nähere Informationen zu den Preisentwicklungen in den Bundesländern beziehungsweise den einzelnen Bezirken finden Sie auf unserer Webseite. Sollten Sie überlegen, Ihre Wohnung zu verkaufen, dann nutzen Sie unser aktuelles Angebot der kostenlosen Marktwerteinschätzung. Mehr dazu auf remax.at